Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's World Informer aus der Game, Leute. Oh, ich bin ein wenig, äh, ein bisschen frustriert von dem Game. Und wisst ihr warum? Wegen diesen Kack-Drohnen, Leute. Jetzt haben wir es endlich geschafft und die Drohnen sind vernichtet, Leute, aber es war ein langer, langer Weg bis dahin. Der Trick nämlich, also Leute, ich, 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 ich fühle es, ich muss das jetzt mal ausführen, Leute. In dieses Level kotzt mich so an, weil diese Drohnen sind bei mir so verpackt in dem Spiel, dass, wenn ich auf sie schieße, dass sie in diesen rauchenden, brennenden Schwall da einfach werden, was wir auch im letzten Part gesehen haben. Aber sie gehen nicht kaputt. Es ist wurscht, wie viel ich da drauf schieße. Sie brennen, sie explodieren, aber sie sind nicht vom Spiel aus kaputt. Geil, gell? Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt herausgefunden habe, die zu besiegen, ist, wenn ich auf sie drauf einhaue. Und wisst ihr, wie nervig das ist? Egal, Leute, wir haben es geschafft und sind nun bei Patrol-Bunk und holen uns den Ozpark. Ja, äh, zu Story, äh, wir sind hier im Hubel, dem Bubblebee sind wir natürlich und haben uns im letzten Part hier aus der Corona-Fall-Sektor 7 rausgehauen, die uns ja hier entführt haben. Und nun wollen wir uns den Ozpark hören und nie wieder irgendwelche hässlichen Drohnen haben. Boah, Leute, war das jetzt nervig. Geht zum Lichtsignal, damit wir das Eindämmungsfeld ausschalten können. Ablehnen. Ich will doch niemals wieder in meinem ganzen Leben diese Mission nochmal neu spielen. Uah, ey, Leute, ich sag ja, die frustrierendste Mission im ganzen Spiel, Leute. Spiel ist bei mir hier so derbe verpackt, dass ich auf diese dummen Drohnen einfach nicht schießen kann. Ich schieße auf sie und sie gehen einfach nicht kaputt. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich bin einfach so froh, dass ich es irgendwie geschafft habe und dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben diese Mission spielen werde. Nie wieder. Komme, was wolle. Die Mission nie wieder. Okay, Leute, dann auf zum Kraftfeld, auf zum Ozpark. Den holen wir uns jetzt. So, hallo, Ozpark? Moin, moin. Tunnelblick. Zerstöre die Lüfter und fliehe vor der darauffolgenden Explosion. Du solltest zum Ozpark gelangen können, indem du die Lüfter am Ende der Versorgungskanäle im Damm zerstörst. Weg von der Explosion. Ich hab doch noch gar nicht zerstört. Warum explodiert der jetzt schon alles? Alter, nein, 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 nein. Böse Teile. Böse Teile. Nein, warte mal. Ich hab doch noch nicht geschossen oder so. Ich hab bis jetzt nur Drohnen kaputt gemacht und trotzdem explodiert ja alles. Muss ich nicht ganz verstehen. Alter. Das ist gar nicht mal so leicht, hier durchzukommen. So, hab ich 30 Sekunden, um zu allen Punkten zu kommen oder nur zu dem einen? Zerstöre die Lüfter. Oh, und da fang ich jetzt zwei Minuten. Wie geil. Lass mich in Ruhe, ihr blöden Sektor 7-Türme. Hab keinen Bock auf euch. So. Ich seh, irgendwie fahr ich, glaub ich, komplett falsch. So. Ich erfülle nur, um alle Lüfter zu zerstören oder wie oder was oder wo. Das ist doch unmöglich. Ich bin auch komplett dumm gefahren. Oh, das können wir wahrscheinlich nochmal neu starten. So. Ich find keinen Lüfter, Mann. Wo sind denn die Dinger? Und das soll ich in 1,20 schaffen. Klar. Das könnte hart werden. So, wo ist da ein Lüfter? Bumblebee, gerade ausschießen. Gerade ausschießen. Super, Bumblebee. Ach so, den muss man schlagen. Sick. Ist es nicht gefährlich, in einen Lüfter zu schlagen? Weil der sich so schnell dreht. Aber egal. Nicht nachfragen. Nein. Ich frag nicht mehr nach. Hauptsache, ich hab's geschafft. Aua. 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 Wir leben. Das könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Komm schon. Step-Bahn. Aua. Werf mich halt mir doch mehr Teilen zu, die mir festbacken. So. Jetzt. So, jetzt schießen wir uns da durch. Bam, 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 bam. Jetzt kann ich die dumme Kamera weggehen. Dankeschön. Ich brauch Leben. Okay. 1,50 haben wir für die nächsten Lüfter Zeit. Hier nervt mich Sektor 7 Typen. Kein Bock auf euch. Nee. Kein Bock auf euch. Ich lass euch hindurch. Hier. Chillen. Spielen. Was auch immer. So. Okay. Okay. Wir haben also immer 2 Minuten Zeit für den Lüfter. Ansonsten könnte es ein bisschen nachgeworben. Ein bisschen. So. Es wäre trotzdem eine sehr nervige Mission. Aber egal. So. Schlimmer ist die vorige Mission. Kann es gar nicht werden. So. Weg da. So. Hier müssen wir. Oh. Jetzt schieße ich jetzt schon die Dinger runter. Keine so gute Idee. So. Jetzt Zerstörung, Leute. Meine einzige Aufgabe, in diesem ganzen Spiel ist aber irgendwie Sachen zu zerstören. So. Komm. So. Ich weiß nicht, wie der Rückwärtsgang ist. Hier bei Bumblebee. Der kann nur vorwärts gehen. Immer weiter. Immer schön. Immer schneller. So. Das ist das Motto. Sagabum. Und nie mehr schießen. Denn schießen ist ja böse. Immer schlagen. Hehehe. Ich versuche mein bestes Optimus. Vielleicht kannst du aber kommen. Ich meine, das Einzige, was du bis jetzt geleistet hast, ist das, äh, ist nichts. Du hast es nicht geschafft, Bumblebee zu rennen. Das Einzige, was du bis jetzt geschafft hast. Ich bin enttäuscht von dir Optimus. So. Uuuh. Nein. Bitte nicht. Ich möchte nicht die ganze Mission nochmal neu starten. Schlimme Zeit. Das ist das Schlimmste eigentlich in dieser Mission. Äh. Im ganzen Spiel finde ich. Außer die, außer von die 100.000 Bucks, die es gibt. Apropos 100.000 Bucks, Leute. Wo ich weiß, bin ich jetzt gestorben. Die Zeit war noch nicht annähernd vorbei. Und das ist das Schlimmste an dem Spiel, was ich gar nicht ansprechen wollte. Schön, dass das Spiel mir hier das zeigt. Keine Checkpoints, Leute. Es sind lange, anstrengende Missionen. Ohne Checkpoints. Ah. Okay. Super. Alles nochmal von neu. Freue ich mich. Geil. Super Spiel. Leute, warum? Ganz ehrlich. Was bin ich jetzt gestorben? Ich weiß es ja nicht mal. Das Spiel zeigt mir ja nicht mal an, was ich gestorben bin. Es sagt immer, was ist tot? Warum? Nein. Ja, Zerstörung ist mir wurscht, dass Zerstörung hoch ist. Ganz ehrlich. Das sind die blöden Sektor-7-Typen. Das sind wahrscheinlich 1.000 Reaktor, Plutonium-Waffen und was auch immer. Das ist wahrscheinlich alle mitreißenden in den Tod, wenn wir hier noch weiter. rumschießen. Aber egal. Ist mir wurscht. Ja, nochmal Zerstörung. Ich will nur Zerstörung haben. Mein Gott, ich schieße auf die Sachen, die eh schon auf mich drauf fallen. Die sind schon zerstört. Ah. Ich versuche mein bestes Optimus. Und sag... Sag, 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 du einfach nur. Okay, dankeschön. Dankeschön. So. Versuche Nummer 2. Attempt. Number 2. Alles gut. Alles auf neu. Alles gut gelaun, Leute. Ah. Dieses... Also, ganz ehrlich. Das ist mir wurscht, dass ich jetzt hier gestorben bin, weil... Das ist nicht annähernd so frustrierend, wie das letzte Level, wo ich jetzt eine halbe Stunde echt versucht habe, diese dummen Drohnen zu besiegen. Ja, weil ich kaputt gehen wollte. Ah. Ich möchte gar nicht mal anfangen. Und ich habe mich hier gerade durch die Wand geglitscht. Also, Leute. Wenn ich mich die Wand glitsche, finde ich das schön. Ich finde es aber nicht gut, dass ich hier nicht durch diese Sachen nochmal durchfahren kann. Und so. Das finde ich nicht so cool. So. Dann heißt es erstmal wieder. Bam. 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 Äh, Bumblebee. Ich weiß nicht. Drehen wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ach. Wir brauchen schon drehen, gell? So. Oh, komm schon. Komm schon. Aus der Bahn, Penner. Ja, Zerstörung. Ich zerstöre nur. Und kann mir jetzt immer nochmal jemand sagen, wodurch ich vorher gestorben bin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Drohers auf mich drauf gefallen. Ich habe mich durch meinen eigenen Schüsse getötet. Ich weiß es nicht. Ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. So. Südlicher Versorgungskanal, Tee. Ja, komm. Wir können es gerade rausfahren. Dankeschön. So. Leben. Und dann durch den hier. Oh, wir haben erst einen. Oh, das ist eine anstrengende Mission. Das ist eine anstrengende Mission. Komm. Schön, Bumblebee. Schön. Nicht gegen die Wand. Böse Wand. Böse Wand. Super. Gut gemacht, Bumblebee. Und bam. Und bam. Und du haust eigentlich gegen die Wand, aber es zieht ihn trotzdem Leben ab. So. Und rase. Was? Zur Hölle. Ey, Leute. Das Spiel mag mich hier nicht in dem Level. Das Level. Keiner ist immer bis jetzt gestorben und der D-Level einfach die ganze Zeit. Erst durch diese Dome-Roboter. Jetzt hier, weil ich mich alle zwei Sekunden irgendwo festbacke. Und dann halt nicht mehr raus kann. Und die ganze Zeit Brocken mit mir her schleppe. Oh, Leute. Ich will das Level hinter mir haben. Ach, komm schon. Ja. Hier habe ich nochmal Zerstörung voll. Super cool. Und die drei übrigen Lüfter im Kopf. Es ist aber immer nervig, Leute. Diese dumme Katze. Ja. Bommel wie viel raus. Und in der Zeit werde ich abgeschossen von denen. Und wo ich hier eigentlich hin wollte. Ach, egal. So. Alles gut. Nein. Nicht so gut. So. Aber wir bekommen immer mehr Zeit. Oder bilde ich mir das ein? Hör. Vorher haben wir weniger Zeit. Egal. Zeit ist bis jetzt noch nicht das Problem, was wir hatten. Das Problem ist ja, dass wir uns irgendwo festpacken und dann sterben. So. Ich habe keinen Nitro mehr, oder? Äh. Habe ich irgendwo eine Anzeige für Nitro? Immer so ganz kurz kommt das Nitro. Naja. Wir brauchen ja keinen Nitro, gell. Wir fahren ja nur weg von irgendwelchen Explosionen. Von irgendwelchen hochtechnologischen Kram. Kein Ding, Leute. Da gehe ich ganz relaxed mit. Wenn ich hier schöne Sonntagsfahrt fahre, ich da mal raus. Ganz entspannt und relaxed. Ganz entspannt, Leute, sind wir hier. Ah, komm schon. Nochmal hier. Triple X. Ach so, wir sind, äh. Es gibt Triple X. Ihr kennt das nicht alle. Triple X. Und wir sind fünfmal X. So. Ah, rausgeschafft. So. Gerade auf vom Bobblebee. Gerade aus. So. Äh. Erstmal wieder schön Leben eingesammelt. Da sind die blöden Sektor 7 Typen. Leute, ich mag Sektor 7 nicht. Auch den lustigen Typen aus den Filmen. Den mag ich jetzt auch nicht mehr. Doch, den mag ich immer noch. Egal. So, komm. Dann. Rein da. Weg da. Und zum nächsten Ventilator. Oh, Leute. Wenn wir jetzt Game Over gehen. Wenn wir jetzt Game Over gehen. Dann ist die Formus hier irgendwie abgebrochen oder sowas. Wenn wir jetzt hier noch Game Over gehen. Weil ich mich irgendwo wieder festbacke. Und dann das Spiel nicht weiter geht. Oder einfach so sterbe. Ohne irgendwie eine Begründung zu haben. Oder ein Roboter kommt, den ich nur kaputt hauen kann. Und nicht kaputt schießen kann. Obwohl ich hier super coole Waffen habe. Dann ist mir abgebrochen hier. Sowas in der Hand. So, okay. Gut. Nö. 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 Warum kriege ich hier immer für Zerstörung Punkte, Leute? Ich meine, ich mache nur die Sachen kaputt. Die eh schon auf mir sind. Ach so. Jetzt kapiere ich auch, warum wir vorgestorben sind. Ah. Okay. Hinter uns ist ja so eine Wolke von Verdammnis. Und die habe ich jetzt gerade auf der Minimap da unten gesehen. Okay. Die tötet uns wahrscheinlich. Könnte Sinn machen. So. Okay. Gut. Dann wissen wir mal jetzt, warum wir vorher gestorben sind. Und dass es nicht ganz unbegründet war. Nur so. 99% was ist. Unbegründet. Das ist ja fast akzeptabel. Dann. Drei Minuten haben wir Zeit. Voll relaxed. Kann man da jetzt rangehen. Vor Ort mal. Was? Vor Ort mal eine Minute. Zehn oder so Zeit. Und jetzt hier. Richtig schön. Ihr seht da dieses gelbe Symbol da. Ich dachte erst kurz, das wären wir. Aber natürlich. Das ist natürlich die Schockwelle hier. Die kommt. Oh. Jetzt weiß ich, dass eine Schockwelle uns folgt. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Denn jetzt weiß ich, dass ich mich hier anstrengen muss. Und hoffen muss, dass das Spiel nicht rummackt. Lasst mich da durch. Ich will da durch. Ich will da durch. Ich will da durch. Mission voll relaxed und entspannt geschafft. So. Gabel abgeschlossen, Leute. Der Part ist vorbei, Leute. Wir haben hoffentlich die Switch West Mission in diesem Spiel abgeschlossen. Ich war es, euer MC Muffix. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.